Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget. Ja, ich bin hier auf SM, ich möchte mal alle Server ein bisschen zeigen, ich hab ja nur 3, sind ja nicht so viel. Möchte ein bisschen zeigen, und zwar hier geht es jetzt richtig voran, mit dem Skillen und allem möglichen. Ja, kurz vor dem Punkt, vielleicht kann ich schnell einen angreifen. Teufel 4 für 4 greife ich in letzter Zeit recht oft an. Ah, schade, der ist in der Erde schon recht weit weg. Schauen wir mal, wir können auch gerne einen Dungeon versuchen, ob wir vielleicht den Dungeon jetzt durch Zufall mal legen. Nicht Dungeon, äh, Turm, aber der ist halt... Ja, ja, ich hätte jetzt hier skillen sollen. Einer, zwei, drei, passt. Gut, 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 ähm, ich hab nämlich Level Up gehabt, und zwar heute. Äh, jo, und jetzt schauen wir mal, ob wir die 7 Zwerge schaffen mit dem Level Up. Äh, ich glaub es ja nicht, weil das wär jetzt schon extremer Zufall, wenn wir die schaffen würden. Die sind ein bisschen heftig, das war kein guter Versuch vom Wertram. Das wird auch kein guter Versuch vom Markwart. Nein, und die Kunigunde lässt mich auch im Stich. Und ich mach wieder mal meine, ungefähr meine 50% Schaden. Na gut. Nein, was ich eigentlich verzeigen wollte. Ja, der große Pisaka hat nur noch 0% Leben. Und ich hau den jetzt um, hoffe ich zumindest. Äh, könnte. 750.000 noch. Okay, und ein Hit noch und du bist tot. Jawohl, da ist der große Pisaka tot. Ich hab extra den ganzen Tag gewartet, dass ich ein Level Up hab, damit ich ein bisschen stärker angreifen kann. Und, ähm, damit ich, äh, den Last Hit bekomme. Ja, dann könnt ihr das auch mal sehen. Das war's für den großen Pisaka. Mit seinen lächerlichen 1.992.268.416 Leben. Ha, 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 du kannst ja gar nix. Ähm, jo, hab ich mal schnell eben umgebrillt. Hier, Solo. Ähm, und jetzt haben wir ja den auch gepackt. Und jetzt kommt die errötete Kröte. Juhu. Äh, jo. Nicht mal einen Prozent Schaden gemacht, aber ist egal. Jo, sehr schön. Das wär's zumindestens mal von dem Server. Hier gibt es nicht viel zu sagen, außer vielleicht, ähm, es gab den kleinen Konflikt mit Teufel 444 und mir. Ähm, der sich, äh, beschwert hat, dass ich ihn angreife. Beziehungsweise er hat sich nicht direkt bei mir beschwert, sondern er hat eigentlich irgendeinen aus meiner Gilde sich die Leute ausgesucht. Und, ähm, hat sich irgendeinen ausgesucht und hat den dann angegriffen, weil ich ihn angreife. Hat er mit mir gar nicht gesprochen und hat dann mit denen total den Konflikt bekommen. Äh, fand ich ein bisschen komisch, äh, weil man kann mich jederzeit anschreiben und sagen, hey, du, warum greifst du mich so oft an? Das muss nicht sein. Kannst du's bitte lassen oder sowas? Dann haben mich schon öfters Leute angeschrieben, wo ich, wo ich das recht oft gemacht hab, äh, hab ich dann auch aufgehört, weil ich das auch verstehen kann. Aber aufgrund des Updates von, ähm, Playa, dass man eben für die ersten 10 Angriffe Erfahrungspunkte bekommt, suche ich mir halt immer so Opfer raus, die über mir sind in der Ehrenhalle und vom Level her höher sind, damit ich eben maximal Gold rausschöpfe. Und das finde ich dann halt schade, wenn dann so etwas rauskommt wie von dem Spieler hier, der absolut, absolute Kommunikation verweigert. Finde ich schade. Man kann, wie gesagt, immer mit den Leuten reden und muss nicht irgendwie anfangen, andere Gildenmitglieder für büßen zu lassen. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Naja, egal. Das wär's erstmal von S4. Und wir schauen jetzt mal die anderen Server an. Und zwar auf S1. Ähm, ist ein bisschen abgeschnitten, weil ich ja ne Mandron Rosa bin, aber ist ja auch egal. Ähm, auf S1, ähm, Blacky Let's Plays, der... Ja, da kann ich wieder aber 1 Skillpunkt verteilen. Uhuhu. Bald 300 Gold. Nice. Mein Reitier ist natürlich noch immer für immer. Und, äh, ja. Äh, Blacky, bist du da? Oh, das war gestern. Ähm, sorry. Äh, jetzt. Ja. Äh, ja, war ein bisschen spät. Wahrscheinlich will er, dass ich jemand anderen einlade. Das kann schon sein. Ähm, was ich auch noch sagen muss. Ich hab einen neuen Fan bekommen. Äh, und zwar Kiriko. Der... mich... immer one-hitted. Immer und immer wieder. Und das sehr oft. Ich hab schon, glaube ich, 50 Nachrichten oder so gelöscht. Und der greift mich immer wieder an. Und er greift mich an und an und an und an und an. Hab mir einmal eine Nachricht geschrieben. Ich hoffe, du störst dich nicht an meinen Angriffen. Ich bin einfach nur durch deinen Orden inspiriert. Äh, liebe Grüße, John. Äh, ja. Lieber John, ich fühl mich ja echt geehrt. Aber wenn ich dann irgendwann mal ankomme. Und mein ganzes Postfach ist voll. Und ich bekomme keine Angriffe mehr von Level 1. Damit ist das ein bisschen negativ. Das heißt, wenn du das Video siehst, wäre es voll nett, wenn du dir vielleicht irgendeinen anderen inaktiven Einser oder Zehner oder sonst was suchen könntest, wo du deinen Orden ein bisschen pustst. Das wäre sehr nett von dir. Wenn nicht, dann mach ruhig weiter. Aber das ist... Ja, ihr seht, das ist schon ein bisschen extrem. Extreme. Das ist ein bisschen extrem. Also, wenn es sich nicht so sehr stört, könntest du damit aufhören. Ansonsten gibt es natürlich von meinem Level 1er nichts Neues zu berichten. Ich meine, ja. Da habe ich hier auch reingeschrieben. Ich habe mich schon gewundert, warum du mich so oft angreifst. Das kann ich jetzt auch rauslöschen. Das ist immer nur so ein Informationsteil, weil ich ja nicht antworten kann. Ich bin auch nicht Level 10. Okay. Jo, das war es von meinem Level 1er. Ähm. Dann schauen wir mal weiter. Hier ist S31. S31, äh, da bin ich, ähm, äh, so. Da bin ich, äh, jo, Aura 12 habe ich, glaube ich, heute gemacht. Aura 12 habe ich heute gemacht, jawohl. Und habe diesen Ring bekommen. Sehr schön. Ähm, jo, passt. Und das war einmal im, ähm, Waffenladen drin. Und, jo, passt, ne? Umsonsten bekomme ich ab und zu mal Angriffe, aber ich bin so überskilled und die wenigsten gewinnen gegen mich. Auch wenn sie vom Level her viel höher sind, äh, haben sie wenig Chance. Okay, der ist geringer. Hat aber wahrscheinlich Tränke drin gehabt. Wie schaut's bei dem aus? Ja, gleich. Hat wahrscheinlich auch Tränke drin gehabt, weiß ich nicht. Nur das Larsupi, das Larsupilami. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie noch kennt. Das hat mich fertig gemacht. Ähm, war aber sehr knapp. Ansonsten, äh, tue ich hier in der Regel die Angriffe gewinnen. Die Verteidigungen. Ähm, jo. So, es geht, wie gesagt, weiter. Ähm, hier wird's, ähm, noch dauern, bevor ihr wirklich, ähm, neue Videos bekommt. Hier danach, Troll, der geht nicht weiter. Ach ja, Moment, äh, was ich euch zeigen kann. Ja, das kann ich euch zeigen. Ich werd's in der Aufnahme mit den Dungeons auch nochmal zeigen. Im Moment. So, ähm, das Bild hat eine beschissene Auflösung. Keine Ahnung, hab ich irgendwie was verkackt. Äh, ich hab den nächsten, den Schwarzschädelkrieger, hab ich gelegt. Durch ein Free-Try. Äh, damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Da hatte ich noch die Tränke drin. Da hatte ich 3100 geschickt. Hab ich überhaupt nicht mitgerechnet. Sorry, dass das nicht in der Aufnahme ist. Ähm, naja. Blöd gelaufen. Aber es gibt Schlimmeres. Und, ja, ihr seht schon, damals hatte ich die Werte 3114. Und jetzt hab ich schon nur noch 100 geschickt. Weniger ohne, ähm, Geschicktrank. Das heißt, wir werden demnächst, äh, wieder ein kleines Video machen können. Ähm, da wo ich dann die nächsten 2, 3 Dungeons lege. Und dann sind wir vor dem, ähm, Drago der Kälte, glaube ich, heißt er, vor dem letzten Intelligenzgegner. Der meine letzte Hürde sein wird. Und danach die Stärkegegner hau ich locker flockig ohne Probleme um. Jo, äh, wie gesagt, von dem Server gibt es eigentlich gar nichts zu berichten. Oh, ja, ich könnte hier skillen. Ja, ne, toll. Und jetzt wieder ein paar Tage Stadtwache machen. Und dann wieder ein bisschen weiter skillen. Das geht hier sehr schleppend voran. Aber es ist ein Langzeitprojekt. Und, naja. Meine Gilde ist auch nur noch inaktiv. Äh, wenn man jetzt ganz hoch geht, kann man schon die Gildenleiter stürzen. Äh, ja. Ist mir eigentlich alles relativ egal. Ich bin in der Gilde, ich hab, ähm, 2% Portalgegner. Das ist gut. Dadurch fällt es mir ein bisschen leichter. Und wenn es dann wirklich mal um die, ähm, letzten Dungeons geht, dann kann ich mir vielleicht eine fette Gilde suchen, die mich da, äh, ein bisschen mehr pusht. Vielleicht durch 10 oder vielleicht finde ich sogar eine mit 15%. Schauen wir mal. Was sich da mir so in den Weg, was ich da so für Gelegenheiten bekomme. Und, ja. Äh, genau. Das war's eigentlich von den Servern. Mal wieder eine kleine Rundschau. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal.